Ich bin Detlef Muxbücker, ich bin der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten und ich unterstütze das Spacecar-Tour-Projekt, weil wir hier mitten im Ruhrgebiet leben und das bedeutet zusammen mit vielen Menschen aus vielen Nationen und ein Anliegen des Spacecar-Tour-Projekts ist es, diese Menschen einander näher zu bringen, für Frieden, Toleranz, Menschlichkeit einzutreten, Verständnis voreinander zu entwickeln und das ist, weil ich Christ bin, eins der Anliegen, die ich mit meinem Glauben tief verbinde und darum wünsche ich diesem Projekt alles Gute, Gottes Segen und viel Erfolg und allen Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern, die da mitmachen, viel Spaß bei der Sache. Amen. 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 Amen.